So Leute, Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Und heute ist es unsere Aufgabe, diese Riesenhöhle zu erforschen Falls ich mich nicht irre, dass es keine große Höhle ist Ich habe versucht, mich um die Rauschprobleme zu kümmern Allerdings weiß ich nicht genau, ob es gezogen hat, was ich da angestellt habe Falls nicht, schon mal sorry, aber ich denke, es sollte jetzt gehen Und bitte lass mich am Leben Okay, so So, hier ist eine neue Höhle Also, die ist jetzt wahrscheinlich... Okay, die ist jetzt sehr hoch, das ist jetzt wirklich scheiße Und hier oben steht auch gleich mal Boogie Skelett meint Hm Okay, das ist jetzt eine scheiß Höhle Jetzt habe ich im letzten Part extra gesagt, dass das eine geile große Höhle wird Und... Ja, schon ein Scheiß Okay, dann machen wir das jetzt mal anders Wir graben jetzt einfach mal hier weiter Sind wir überhaupt noch auf dem Grundgestein? Ach stimmt, wir müssen jetzt erst wieder runter Ah, gut, dass wir hier runter sind Okay, ich weiß auch nicht, wie das mit dem Rauschen im letzten Part zustande gekommen ist Keine Ahnung, wie das passieren konnte Also, normalerweise rauscht dieses Mikro nicht Normalerweise Ich weiß halt nicht, was Was jetzt abgegeht Das ist nichts zu schade Äh... Uah... Okay Ja, gut Ich hoffe mir einfach mal, dass es jetzt besser läuft als im letzten Part Und... Naja, gut, okay Es hat schon mal nicht so gut angefangen wie in der Höhle Sorry, wenn ich euch jetzt enttäuscht habe Aber... Gut, den meisten wird es sowieso egal sein Mein Mikroschnittsplays werden sowieso nicht so oft geschaut Also... Nicht so oft wie ich es gerne hätte So könnte ich es auf jeden Fall sagen Ähm... Danke an die, die mir auch ein paar Likes geben Es hat hier immer so 3-4 Likes Manchmal auch 6, manchmal auch noch ein bisschen mehr Aber so im Durchschnitt hat es 3-4 Likes Also... Das will ich nicht beschweren Ich habe erst 200 Abonnenten, aber... Manche Leute haben halt ungefähr 30 Abonnenten, so und so Und haben auf jedes Video 10 Likes Die laden natürlich nicht jeden Tag ein Video, so wie ich, aber... Äh... Trotzdem... Könnte da mehr sein Bloß bei mir ist es wahrscheinlich jetzt so Ich hätte, wenn ich die ganzen Tutorials nicht hätte Hätte ich ungefähr... knapp... Ich denke mal... So in etwa... Äh... 150 Abonnenten Mehr nicht Denn die Tutorials haben hier wirklich viel eingespielt Und... Ja, die denken jetzt wahrscheinlich ich mach keinen Let's Plays Oder was weiß ich Also... Naja... Und wir finden hier gar nichts Gar nichts Mir wird sogar Kohle reicht Ich will doch nur die XP Leute Ich will nur die XP Damit wir eine Spitzhacke Eine Dia-Spitzhacke auf Level 30 verzaubern können Mit Glück 3 Mit Glück Mit Glück Mit Glück 3 So... Ich hoffe, dass das noch was wird Äh... Weil ich würde gern im nächsten Part Äh... Wieder an der Oberfläche sein Wir können das ja immer so abwechselnd machen Und... Zwei Parts haben wir Häuser Und... Zwei Parts machen wir mal... Hier... Äh... Ja, keine Ahnung Mach mal halt irgendwas anschluss Äh... Geh mal die Mieten oder so Äh... Wenn ihr das so wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, ne? Ich hab da nichts dagegen Dazu sind die Kommentare da Und... Äh... Wem's jetzt auch aufgefallen ist Äh... Ich schreibe meinen Skype-Name nicht mehr in die Beschreibung Weil... Es war mir einfach zu viel Es war mir wirklich zu viel Ich hab jeden Tag Leute angeschrieben Mehrere Leute Die mit mir eben spielen wollten halt Aber das war halt immer ein anderes Spiel Manchmal war's Minecraft Manchmal The Forest Also... Die das halt nur auf meinen Kanal geschaut haben The Forest hab ich auch mal let's played Wird vielleicht noch ein Let's Play Together geben Ich weiß jetzt auch nicht genau wann Aber ich denke mal so... Ja, ich sag's lieber noch nicht Es soll eine Überraschung werden Aber... Ich hab auf jeden Fall jetzt wieder einen Platz frei Weil... CTGP kann ich ja nicht mehr let's playen Weil das auf meinen alten wie nicht mehr geht Als Custom Craigs von MyCardine Und... Ja Es wär jetzt ganz nett wenn wir hier mal was finden würden Wenigstens irgendwas Ein Erz wird schon reich Eins Ein Gold Das war auch sehr übertrieben Was wir da gefunden haben Sehr übertrieben Es war viel zu viel Was wir da gefunden haben Denken die sich jetzt Schon zwei Parts unter der Erde Haben wir bis jetzt... Verdammt wenig gefunden Ja gut das Lapse das... Naja da kommt aber auch viel immer raus ne Ich würd ganz gerne wirklich mal Dias finden Also wirklich Dias haben wir wirklich noch nicht gefunden Aber hier ist noch ein bisschen Redstone da auch noch was Hier auch noch ein bisschen Okay 23 SP haben wir auf jeden Fall Jetzt müssen wir nur noch zusehen Dass wir nicht mehr sterben Und dann können wir vielleicht im nächsten Part Wenn wir noch ein paar Tiere züchten oder so Irgendwas auf Level 30 verzaubern Und was wir uns dann auf jeden Fall nochmal zulegen müssen Das ist eine Mopfer Das wird vielleicht unser nächstes größeres Bauprojekt Denn wir brauchen unbedingt XP Und unsere Rüstung hält auch nicht mehr sehr viel aus Wie gesagt Schon im letzten Part Wahrscheinlich war das Oder war das in diesem Part Ne Das wird im letzten gewesen sein Und ja Also das wärs jetzt erstmal so Grundlegende Infos Die ich jetzt noch zu sagen hatte Das mit dem Skype-Namen tut mir für die leid Und die die jetzt meinen Skype-Namen noch haben Bitte nicht mehr weitergeben Weil Ja Also bitte keinen mehr weitergeben Den Skype-Namen Und ich werde den jetzt auch aus jedem Video löschen Also ihr könntet ihn euch noch schnell holen Aber Wenn's mir dann zu viel wird, blockier ich auch Ich hab da Mich streb mal zu viel an Und wenn die dann jeden Tag nicht zufrieden Obwohl ich Nicht spielen kann Dann ja Dann macht das auch keinen Sinn mehr für mich Und Ich bin auch nur ein Mensch Ich kann nicht jeden Tag Hier fünf, sechs Stunden spielen Ich hab eine Spiele gemacht Bäh, das hört sich wirklich an wie die laufen ne Jetzt sind wir ganz nah dran Jetzt höre ich ja Lava Genau Ok, wir kommen immer näher Vielleicht finden wir doch eine große Höhle Leicht 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 hat mir noch Glück Wir können den Park noch doch noch Höhle plündern Ich dachte grad mich grad Ok, jetzt ist es an der Zeit Dass wir hier Scheiße Ok, erstmal müssen wir uns in den Ofen machen Denn Ja, wir haben kein Eisen So Ok, ich mach jetzt schon mal Stiggys Genau So Ok Ok, auf jeden Fall haben wir genug Zeug Zeug Um jetzt noch ein bisschen was Zu machen Machen zu können Ach ja, ich spiel kommen ja da auch noch Ne Das ist gut Ok, das zweite Zuber Das nutzt sich dann echt nicht Ok, so Ach so, ja Brauch mal noch eins Ich dachte grad ein Spitzer geht ein 2 Das wäre aber sehr unlogisch gewesen, ne So So Seifers Wir seifen jetzt die Spinne ein Und dann rasieren wir sie Wie auf die G-Let So So Schauen wir mal, was wir hier noch finden werden Bitte nicht zweideutig denken Bei diesen Also die Lava klingt schon sehr verdächtig, also Ja, die Lava ist verdächtig, das Hier muss ne Höhle sein, das geht ja gar nicht mehr anders Gehen wir mal da hoch Genau, 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 genau Ok Ich tu einfach mal den Rest auch mit rein So Ne, wir bauen das dann nach, weil das ist mir sonst zu unsicher, ob wir das Ding wiederfinden Ist da oben auch was? Da haben wir die Höhle Ok, perfekt, wir haben sie jetzt Gut, wir haben die Werkbank auch wieder mitgenommen, heißt wir könnten uns jetzt auch Fackeln machen Puh Ich sneak lieber wieder Weil mir jetzt hier noch die Spinne angelaufen kommt Das wäre dann gar nicht mehr schön Ich glaube, es hat wirklich bald den Anschein, ne Dazuben sehe ich Land Nein, ich bin so dumm Nein Die schöne Spitzhacke Fuck Och man Scheiße Fuck, das wollte ich nicht Shit Da ist die Spinne Ok, gut, die haben wir schon mal tot Und da oben geht es auch noch weiter, sehe ich gerade Ah Aber, wir gehen erstmal in die Höhle unten Habe ich jetzt definitiv mehr Lust drauf Puh Das liegt nicht vergessen, ne Ich hoffe nur, dass wir den Rückweg jetzt auch finden, gell Und da haben wir wieder dieses Monster vom letzten Ha, 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 Dias Diamante Geil, endlich und zuerst Dias in dem Pad Und Gar keine so kleine Ader, ne Oh, da ist noch einer Ja Schön, sechste Jahrmann Hätten wir jetzt Glück noch auf der Spitze gehabt, wäre es mehr geworden, aber ich bin noch damit zufrieden Okay, also in dem Pad zurück zu laufen ist praktisch unmöglich, deswegen Oder vielleicht schaffen wir es auch noch, wie lange wir eigentlich schlaufen Ich weiß jetzt gerade nicht Auf jeden Fall müsste es jetzt schon etwas länger sein Ah, ich guck mal eben schnell So, wir nehmen schon 10 Minuten auf Und Es legt Und jetzt hat's aufgehört auch nicht, oder? Und wir sind voll Geil Okay, hier könnt ihr haben Äh, auf jeden Fall ist wieder das Rauschen dabei Und ich hab da keinen Bock mehr drauf Ich werde auf jeden Fall jetzt mal schauen, was man da machen kann Weil ich, es kann ja nicht sein, dass es ständig rauscht, so Ist hier denn noch etwas? Also auf jeden Fall werden wir jetzt noch die 30 Speedings mal bekommen Ich denke es, ich weiß es eben nicht Aber auf jeden Fall bekommen wir noch XP vom Gold Und Da oben ist einfach was Und vom, äh Hier ist noch Eisen, vom Eisen, genau, vom Eisen Was wir jetzt natürlich auch noch mitnehmen werden Obwohl wir eigentlich, haben wir Eisen genug, aber das ist so egal So, auf jeden Fall werde ich nicht mehr aufnehmen, wie wir zurück zum Haus laufen Denn das würde dann viel zu lange dauern und so Und die meisten werden das sowieso nicht interessieren, gell? Okay, hier haben wir Gold Sehr schön Und ich muss hier wirklich aufpassen, dass wir den Rückweg noch finden Ich muss wirklich sehr aufpassen Und jetzt nochmal Lava Ach, schon Okay, wir müssen auf jeden Fall den Rückweg markieren Und wir, ich sehe schon, wir werden noch einen Minecraft-Erdepart machen Äh, unter der Erde, ja Höchstwahrscheinlich Dann haben wir dann bald 30 XP zusammen Hier geht's nochmal runter Nochmal Eisen, sehr schön Und Yo Also, Leute, ich verspreche euch im nächsten Part wird kein Rauschen mehr da sein Ich entschuldige mich wirklich, dass jetzt zwei Parts damit draußen kommen sind Ich konnte es aber irgendwie nicht beheben Ich dachte, jetzt wäre es ganz gut Aber, ja Sorry Sorry, wirklich Ich dachte schon, wir können das Video nicht aufnehmen Hallo? Nicht legen, bitte Okay, so Jetzt ist das nicht so lange geworden Okay, so So, jetzt haben wir's Juh So Okay, hier sieht's jetzt nicht wirklich... Naja, hier sieht's sehr nach dir aus, aber bis jetzt sehen wir hier noch keiner, ne? Nein! Oh mein Gott! Ach du Scheiße Ich hab Essen vergessen Ach du Fuck Ach du Heilige Ach du Scheiße Fuck Okay, wir gehen doch rein Ach du Heilige Ach du Heilige Wir schaffen es nicht Oh Skelett Oh Oh Scheiße Ich muss mir... Ach du Fuck, ach du Fuck, ach du Fuck, ach du Fuck Ich muss eine Truhe bauen Nein! Wir... Neun Eichenholz, okay das geht noch Das geht noch Schnellweilung Dass wir auf jeden Fall die Dias noch saveen Scheiße Schnellweilung Schnellweilung Fuck Warum? Hallo? Vielen Dank.